Und ein Moinzen zum DFB-Pokalspiel-Vorbericht, TSG Balingen gegen VfB Stuttgart. Ich hoffe, ihr habt euch schon das letzte Video abgecheckt, die VfB-News. Der erste Teil des Zweiteilers heute. Hier fangen wir an, zuerst zum Gegner, dann zum VfB. Balingen hat noch kein Tor geschossen in der Vorbereitung tatsächlich. 0-4 gegen KSC, 0-0 gegen Willingen, 0-2 gegen Freiburg 2, das die Testspiele. Landespokal haben sie zwar 11-0 gewonnen, aber vorm Fehler auf dem Spielberichtsbogen. Also statt 11-0 Sieg wurde es mit 0-3 Gegensiege gewährt, das war dann offiziell 0 Tore bei sich. 0-0 gegen Balingen, das Balingen mit H. In der Regionalliga Südwest im ersten Spiel, haben wir auch schon die erste Pflegspiel in der Liga gehabt, im Vorpokal und eben dort gespielt in einer 5-3-2-Formation. In den Pokal sind sie eingezogen durch den Sieg des Regio-WFV-Pokals gegen Schildkotter Kickers. 6-5 mit Mittelschießen haben sie es gewonnen im Finale. Heißt, wir hätten fast ein Stadtderby VfB gegen die Kickers gehabt. Wäre auch krass gewesen, aber auch in Balingen logischerweise riesen Freude. Örtliches Duell auch trotzdem weiterhin und das größte Spiel deren Vereinsgeschichte. Ganz einfach. Das erste Mal DFV-Pokal-Teilnahme für die. Wird aber nicht in Balingen stattfinden. Wird in Reutlingen gespielt. 15.000 statt 8.000 Zuschauern und eben Vorlagen erfüllt. Funktionsräume, Sicherheitskonzepte, Kameras, so Vorlagen. Die haben wohl in Balingen im Stadion nicht standgehalten. Stein an Kreuzeiche heißt das Ding. Hat durchaus seinen Namen des Stadions. 10.000 Stehplätze, 5.000 Sitzplätze circa. Wurde 1953 erbaut. 2003 gab es eine neu erbaute Tribüne und sind etwa 40 bis 45 Kilometer von Balingen und von Stuttgart aus jeweils zum Stadion hin. Also auch ähnliche Entfernungen für die beiden Vereine. VfB hat Stehblock 3 bekommen für die Auswärtsfans. Sind 1.200, 1.500 würde ich mal grob schätzen. Logischerweise natürlich ausverkauft das Ding. Balingen wurde 1907 gegründet. 2020 dann wurde die Fußballverteilung vom Stammverein abgespalten. Und seit 2018, 2019 sind sie in der 4. Liga. Letzte Saison beste Platzierung lag gesammelt in der Regionalliga. Südwest wurden tatsächlich Sechster sogar. Und von den 18 Klubs der Liga haben sie den 5. geringsten Gesamtmarktwert ihrer Mannschaft. Es gibt ein paar interessante Verbindungen zum VfB Stuttgart. Nummer 1, Nico Willig. U19-Trainer vom VfB hat dort seine Jahre quasi begonnen. Seine ersten Schritte, wenn man dem Karriereverlauf von Transfirmarkt.de Glauben schenkt. War dort Trainer der Profimannschaft 2013-2014. Also Profitrainer bei Balingen. Danach Kickers U19, VfB U16, U17, U19. Dann eben auch kurz Interimstrainer. Und jetzt wieder U19. Nur Lügen, wenn ich euch groß den Kader von Balingen sagen könnte, bewerten könnte. Irgendwas. Aber auch da steckt VfB Vergangenheit drin. Eisele und Meiser aus der VfB-Jugend. Akaya aus der U19 vom VfB. Kohn, Moraes und Fernand vom VfB 2 zu Balingen kommen. Aktuell noch im Kader. Bisher gab es noch keine Duelle gegeneinander. Vom VfB 1 quasi gegen Balingen. Aber VfB 2, VfB U21 sind in derselben Liga. Beides Regionalliga Südwest. Dreimal Liga gespielt. Da hat Balingen zweimal gewonnen. Und der VfB einmal noch in Unschieden mitgenommen. Was es aber schon mal gab, sind Duelle. Baden-Württemberg Duelle mit Regionalligisten eben. Habe ich für einen Einspieler-Import Cannstatt herausgearbeitet. Gerne da mal reinhören. Und die Spiele, wer da schon direkt mal Sneak-Peak machen will quasi, sind auch im Sammling in der Überschreibung drin. Die Links zu den Spielen. Der VfB hat im Pokal schon dreimal gewonnen. 54, 58 und 97. Laut Transfair.de wird es die 69. erste Runde im Pokal für den VfB. In den 68 Anläufen davor flog man insgesamt elfmal schon in der ersten Runde raus. Zuletzt natürlich Rostock und Bochum. Noch im Kopf wahrscheinlich bei uns. Letzte Saison war die beste Saison seit langem im Pokal. 2013 ist das letzte Finale gewesen. Und eben das Halbfinale in diesem Jahr nun das beste Ergebnis seither. Muss ich sagen, es hat richtig, richtig Bock gemacht, so weit zu kommen. Absoluter Wiederholungsbedarf. Gerne wieder. Kommen wir zu Presskonferenz, Kader und dann auch gleich die Startelf noch. Personalsituation. Undaf hat sich verletzt. Hat Außenband-Teilriss. Wohl vier bis sechs Wochen so normalerweise. Also gehen wir mal von sechs Wochen aus. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Was ist, wie das soll? Das Verletzungspech schon vor der Saison. Da hat er bisher in seiner Vita nur eine lange Verletzung. 2017, 2018 bei Eintracht Braunschweig noch. Nicht sowas. Das ist der Wahnsinn. Wagnemann Nathai raus. Habe ja schon besprochen. VfB News. Am Bildungsreaktion Mittelfuß bei Wagnemann. Und Knie-OP bei Nathai. Casanaras ist im Teiltraining. Bredlo und Mittelstädt sind auch im Aufbau. Und Ulrich voraussichtlich eine Mandel-OP. Also auch nicht am Start alle. Klares Statement von Hoeneß. Nübel ist die Nummer eins. Und er wird die Nummer eins auch im Pokal sein. Das heißt, kein Pokalkeeper. Zumindest stand jetzt kein Pokalkeeper. Nübel soll sich auch immer besser präsentieren im Training. Richtig stark präsentieren im Training. Endo bleibt Kapitän. Anton bleibt Vizekapitän. Mannschaftsbeirat besteht aus Zagadou, Stenzel, Bredlo und Karasor. Interessant finde ich hier Bredlo. Der auch gleichzeitig Kassenwart bleibt. Und im Mannschaftsrat eben ist. Weil es gibt ja Gerüchte oder gab Gerüchte um den Abgang vielleicht. Durch das ganze Nübelding. Und nächstes Jahr sind auch Simon eingeplant. Ein Vertrag läuft nächsten Sommer aus. So Geschichten. Das Hertha-Mini-Gerücht. Interesse wurde immer wieder aufgewärmt. Aber wenn er jetzt im Mannschaftsrat bleibt. Auch Kassenwart bleibt. Wie auch immer. Also da quasi eine Zugehörigkeit hat. Ist vielleicht ein Zeichen, dass es vielleicht doch bleibt tatsächlich. Muss natürlich auch nichts heißen. Es wird jetzt kein Grund sein, um keinen Wechsel zu machen. So eine Positionierung im Verein. Aber vielleicht ein kleines Zeichen, dass es sich doch hier wohlfühlt. Und vielleicht doch hier bleibt. Mannschaftsfotos wurden gemacht am Mittwoch. Da auffällig. Diaz war nicht dabei. Auch Cissé nicht. Die haben sowieso keine Zukunft. Aber waren selbst bei sowas nicht dabei. Aber es ist offiziell auch vom VfB-Kader gehören. Ulrich auch nicht. Wahrscheinlich wegen seiner Krankheit schon jetzt. Nachher auch nicht mit dabei gewesen. Eben wahrscheinlich auch wegen Verletzungen. Wahrscheinlich schon irgendwo mit der OP und so Geschichten unterwegs. Im Pokal ebenfalls nicht dabei. Hätte ich fast verpennt. Aber ist so. Wird Borna Sosa sein. Die gelb-rote Karte im Halbfinal gegen Frankfurt wird da übernommen. Deswegen ist Borna Sosa für das Pokalspiel auch noch gesperrt. Wie man so hört, soll die Aufstellung nahe an dem sein, was es auch beim 3-0 in Sheffield zu sehen gab als Aufstellung. Da war es ein 3-4-3. Defensiv soll es wohl ein 5-2-3 sein. Bringt auch die Bild so. Afropanos kam dann nur per Einwechslung. Und ja, dann kann man glaube ich tatsächlich genau dasselbe aufstellen auch. Und das tue ich auch einfach mal. Nübel, Ito, Zagadou, Anton, Führig, Endo, Karasor, Stenzel, Mio, Silas und Gerasi. Das ist das 3-4-3. Fragezeichen halt auch perspektivisch natürlich hinter Führig und Stenzel als Wingbacks. Aber gut, Sosa hat gesperrt. Und Wagnermann ja auch noch verletzt bis, ich glaube, Wagnermann war Mitte September. Und zur Vollständigkeit Nachteil war ja bis Jahresende. Damit kommen wir nach 3-0 gegen Hohenlohe, 4-0 gegen Reutlingen, 2-1 gegen Vitesse, 1-5 gegen Gladbach, 2-0 gegen 1860 und 3-0 gegen Sheffield zur ersten Prognose vom ersten Pflichtspiel. Erste Pokalrunde, erstes Pflichtspiel. Und das macht es halt immer schwierig, dann auch da genau zu sagen, wie es aussieht. Aber ganz klar ist hier logischerweise, wir sind ein klarer Favorit und wir müssen hier weiterkommen. Das bekloppt kein Wunder, dass ich das hier sage. Oder schätzen auch das ganz klare Aussage da von Balingen auch nicht. So erste Runden gegen, ich sage mal, niederklassige oder unterklassige Mannschaften sind immer eklig oder können eklig werden. Es sind schon viele Überraschungen passiert in solchen Runden. Hohenlohe sagt auch ganz klar, Balingen ist in der Liga kontinuierlich gut und performt. Letzte Saison 6. geworden, beste Saison, die werden stetig besser. Und sind darauf ausgelegt, uns zu stressen, schnell umzuschalten und zu kontern. Hohenlohe, das Gefühl, Saisonverbreitung ist gut. Gut, da gehe ich auch mit, habe auch eine Sicht, was Kader angeht, was Spielweise angeht und so weiter. Das Gesamtgefühl, ein recht gutes Gesamtgefühl zum VfB Stuttgart aktuell. Vergleichbar ist vielleicht das Tatspiel gegen Reutlingen, von der Liga-Höhemäßig. Und wir spielen auch in Reutlingen und so. Vom Niveau her vielleicht ähnlich das Ding mit Reutlingen im Ergebnistipp. Deswegen gehe ich auch in diese Richtung, auch in die Richtung von 0 zu 4. Eure Prognose gerne im Community-Tab da lassen. Ich habe richtig Bock, werde auch mit dabei sein im Auswärts-Blog. Kurz hier auch das Thema Steinen-Vlog deswegen. Schon ein paar Mal gesagt, deswegen werde ich mich auch ein bisschen kürzer halten. Aber es geht eben jetzt ja auch wieder los, also wieder ein bisschen aktueller. In Heimspielen gab es die Ansage, jo, auch wenn du Sitzbereich bist in der Cannstatter Kurve, du filmst hier nicht mehr. Also keine Video-Vlogs, dann habe ich mich schon gehalten. Die Ansage kam mir nach dem Hoffenheim-Spiel und werde mich auch weiterhin daran halten. Ganz logische Geschichte. Das heißt, meine Option ist erstmal Audio, weil ich will ja niemandem was zu leide tun. Grundsätzlich, was ich will, ist Atmosphäre nach außen bringen, Atmosphäre festhalten, Erlebnisse festhalten. Deswegen werde ich es vermutlich erstmal so umsetzen, eben mit Audio-Aufnahmen. Kann da eigentlich keiner wirklich Stress mit haben. Und so oder so, das ist ja Balingen, Auswärts-Blog, Stehbereich. Da hätte ich so oder so einen Video-Vlog gemacht, weil im Stehbereich macht man sowas nicht. Es geht wieder los, die Saison geht wieder los, die Saison-Prognose kommt auch noch. Muss nur echt schauen, wie und wann ich das löse noch, da ich von Montag bis Freitag im Urlaub bin. Noch vor dem Bochum-Spiel, also zwischen Pokal und Liga bin ich im Urlaub diesmal. Aber in irgendeiner Form werde ich die Saison-Prognose schon noch hinbekommen. Selber auch in Sachen Vorbericht dann vor dem Bochum-Spiel in irgendeiner Form. Gibt es da bestimmt was. Vielleicht aus dem Urlaub, wie auch immer, kriegt man schon irgendwie hin. Natürlich will ich mir auch gerne hier zu dem Vorbericht, wie auch zu dem VfB-News vorhin, eure Meinung in die Kommentare. Bleibt mir fürs Zuschauen, wie immer gerne Like, Abo und so Geschichten alles da lassen. Bleibt mir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. G Handy Gidores G G Bis zum nächsten Mal.